Ich habe noch gestern beim Obstsalat machen gemerkt, dass ich keine Lust auf Äpfel drin hatte, also Smoothie. Fühle ich? Mich bringen Äpfel meistens um. Deswegen habe ich da relativ selten Lust drauf. Ach so, scheiße, ich muss die Kamera drehen. Ich kann nicht weiter probieren. Nein. Ja! Was ist da passiert? Was ist da passiert? Nein! Ja, getroffen! Oh! Oh, bedung! Ja. Du schaffst das. Nein, nicht Äpfel. Nein! Ich bring Äpfel um. Äpfel bringen mich um. Ich bin die Äpfel-Schlechterin von München. Weltweit bekannt. Scheiße. Eigentlich bin ich einfach dagegen allergisch. Und das nicht wenig. Scherz? Ja. Du hättest die Ohren einmal... Oh, nein. Hättest die Ohren einmal sehen müssen, wie sie sie bei den Äpfelringe aus Versehen noch ins Auge griffen konnten. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab Äpfel geschält und geschnitten und alles und pack mir halt dann mit den Apfelfingern ins Auge. Obwohl sie schon gespült waren. Ey. Und danach waren meine Augen geschwollen. War nicht so lustig. Erstmal Augen mit Wasser ausspülen ist auch immer nicht so geil. Ach du Arsch. Apfelallergie oder eher Gegenfrukturen? Ne, ne. Äh, Kernobst. Steinobst. Aha. Das hatte ich mal... Ja, mit Chili ist es auch ungeil. Mit Chili bin ich auch jedes Mal so ein Idiot und kratzt mich an der Nase oder im Ohr. Oh, ja. Genau. Aber ich mag Chili so gern. Frische Chili ist so viel besser als... Was hab ich denn jetzt gemacht? Als getrocknete. Oh nein. Und Dönki, dieses Caps hat mir wunderbar gepasst. Schön, ich hab... Ich hab den einen gerade gesmutscht und stand dann wieder richtig. Ich hab Kreuzallergien dadurch. Von dem ganzen Blütenscheiß den ich hab und Pollen und sowas. Hab ich wahnsinnig viel Allergien gegen Lebensmittel. Also das Ding... Nein. Pfirsiche gehen auch gar nicht. Am allerschlimmsten sind aber mittlerweile Kirschen. Ich hab bestimmt seit... 15 Jahren keine Kirsche mehr gegessen. Also keine frischen. Gekocht geht dann immer, weil dann ist... Alles ein bisschen besser, aber... Frisch geht halt leider nicht. Z... Z... Ja. Die Kirschen sind eigentlich frisch... ...sick lecker. Hu! Au! Nein! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh... Oh. Gehen eingelegte... Ja, die eingelegte gehen auch, weil die werden ja vorher auch äh... Werden eingelegte vorher gekocht? Ne. Doch, die werden warm gemacht. Wenn sie warm gemacht sind, dann kein Thema mehr. Frisch ist halt schwierig. Hättest du mich wenigstens versuchen lassen. Tschuldigung. Ach, jetzt kriege ich mir die Versuche schon, Kacke. Ja, ich war da, aber du warst schneller. Tschuldigung. Ah, ich bin da ein bissel am Streit mit dem anderen. Und mit dem hatte ich auch schon mal ne Diskussion. Der bekackt. Und zwar beid. Einige Schatz. Wenn du versuchst, Schatz, der kommt zu dir. Ja, der zuerst kommt da und drei Ahnung. Mein Brain war wieder AFK. Oh nein. Jetzt hab ich Bock auf Donauwelle. Ich hab dir auf der Nähe gezogen, was hier eigentlich ist, ne? Donauwelle? Nein. Donuts? Schatz. Das kannst du doch nicht machen. Neville Donuts. Ihr verkackt. Ja, Neville Donuts. Dann hört sich der Chat in Rocket League eigentlich immer sackenironisch an. Weil die sackenironisch gemeint ist. Weg. Das ist mein fucking Tor. Kommst du nicht rein. Was machst du da? Warten, bis irgendwer von denen irgendwas macht. Die haben grad einfach nur bleiben mit dem Beinemot gespielt. Ich hab keinen Boost. Geh weg. Oh nein. Jetzt hab ich in den scheiß Boost geschubst. Taktisch unklug. Und ich hätt gern mal wieder Donuts vom, vom Dunkin Donut. Ich glaub, wir spielen grad Pimpong. Ja. So ungefähr. Ich weiß gar nicht, wo bei mir in der Nähe der nächste Dunkin Donut ist. Ich glaub das ist wirklich der Hauptbahnhof. Mein Ball. Oh, auch Krampf. Spielt ja mit Handicap. Das ist voll gemein. Ach, fick dich. Oh, die werden, äh, wenn die ja Tor schießen, dann werden sie gleich kommen. Was für eine Parade, was für eine Parade, was für eine Parade, was für eine Parade. Warum? Was ist, wenn wir ein Tor schießen? Dann, werfen wir dich schreiben. Er hat sie erst doch nicht. Das ist eine ungeschriebene Regel. Jack hat grad scheiße mit mir gemacht. Ich mag den nicht. Ja, nein! Wir konnten dir nicht reingehen. Das war actually ein gutes Save von ihm. Nein! Das ist mein Boost, du Sack. Ja. Das war zu dir. Wer fährt so ein Boost? So ist Boost? Jaaaa. Ich weiß schon wieder nicht, wie der Chat aufgeht. Ich weiß schon wieder nicht, wie der Chat aufgeht. ist aber auch ja ich werde so schnell erwachsen nicht weinen schatz ich bin so stolz auf dich die eskalen ist entweder richtig kacke oder warum mit meinem mord sie wie wie viel lang und der wird und der hat viele eben nicht und dieses entweder so ist er taunt oder oder eben wirklich scheiße ich glaube ist wirklich scheiße oh ja ich bin vorbeigefahren jetzt nicht das ist gut für uns wenn das scheiße ist ja ja ich kann verstanden dass im hintergrund leeroy jenkel boost Nix da. Kommt in der Mitte runter, Schatz! Jawohl! Bester Pass EU-West. Ist auch wirklich die ganze Zeit rückwärts gefahren. Warum fahren denn heute alle rückwärts? Wie gesagt, weil es das schnelle, also sie sind noch nicht, sie sind nicht mehr so mies, dass sie überhaupt nicht rückwärts fahren, also dass sie nicht wissen, wie es geht, aber sie sind zu schlecht, dass sie schneller umdrehen. Und ja. Oh. Oh, hi. Hi. Ich hab zu viel von ihnen erwartet und bin dran viel zu schnell weiter vorgefahren. Ich dachte, die passt in die Richtung. Uah, ich bin geschubst. Ich hab den anderen geschubst. Uah, ich bin wieder geschubst. Uah, ich hab keinen Boost. Uah, der hat echt das... ...reiste. Uah. Ich war repassend. Nein. Euer Eis-Summer. Uah. 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 mein Hirn, so langsam gerade. Ich dachte mir gerade, oh, der Ball fliegt an die Wand. Ja, musst du fliegen. Musst du X drücken. Und dann war der Ball vorbei. Scheiße. Äh, komm jetzt gut. Da war wieder Leroy Jenkins. Ja, wirklich. Genau so sieht es gerade in meinem Kopf aus. Aber in meinem Malung so. Wir schicken Rockerlings. Das füüüüü. Schatz. Schatz. Der war so schön. Schau. Äh. Den haben wir noch gekillt. Das war wichtig, Schatz. Ja. Für mich war es wichtig. Jo. Das ist alles, was zählt. Kann sein, dass der Feier und Eis besser ist als du. Bei der Beine ist ungefähr genauso nützlich fürs Spiel wie ich. Also es spielt eigentlich nur Fire-Eyes und du. Äh, du musst unbedingt das Spiel verlassen, also ins Hauptmenü. Wie macht mich das? Wie macht mich das? Was hab ich denn eigentlich geklickt? Ja. So. Ich bin ja mit die Rocketics auf und what the fuck. Filly. Oh, ich hab dich fast aus Versehen geblockt. Eskalier halt. Ich hab eine wirkliche Herausforderung fast. Ja. Aber ich hab den Ball heute schon 100 Mal getroffen. Das ist viel. Da ist nämlich eine Weekly, nachdem ich heute die Woche das erste Mal spiele, muss ich das heute alles geschafft haben. Wollte mir da an den Anfang denken, wo du den Ball nicht aufgetroffen hast. Verstehe. Aber ich geh auch. Schatz, warum? Was? Äh, den Boost, weil ich mitkommen bin und kann mich dann da schnell... Ach, und dann nimmst du hoch? Schau, wie schön ich dir hinterher gefahren bin. Nimmst du den Boost und der andere fährt dann hinten. Du kannst da, wenn ich jetzt in Depets stehe und du schneller bist, kannst du dann den Boost auf der Seite nehmen, wo ich bin. Ich nehm immer den Boost auf der Seite, weil du immer auf die andere Seite fährst und dann macht's keinen Sinn, dass der Boost hinter dir bleibt. Ich mach das mit Logik. Nächstes irgendwas in dem Spiel. Oh, hi. Oh, ah. Ich war gerade umdrehen und wollte reinjägen. Deswegen hab ich ihn so langsam geblüht. Au, ich bin schon. Ach, scheiße. Wir waren nicht drauf, oder? Den schon. Das ist so ein vorhersehbar-Spiel. Das ist so nicht mein Ding. Ach, da hängen, warum mach ich denn das? Quatsch. Vorausschauend spielen, ich vorhersehbar- Ich find's immer lustig, wenn ich einen Freund so ein bisschen neben mir rollen lasse ich, aber so 50-50-Schuss, dass du entweder mit Vollgas daherkommst oder am Online-Ende vom Spielfeld bist. Ach, scheiße, ich muss... Nein, muss ich nicht. Oh Mann, Alter. Ja, jetzt warst du schneller, jetzt ist es deiner. Ich nehm' mir... Oder ich nehm' mir näht den hinten. Beim Nächst. Nein, ich springe halt... Ich springe zum Beispiel immer dahin, wo der Ball halt schon war. Entschuldigung, Schatz. Oh, ist cool. Der Zweite wird genauso mein Tod wie du. Ich wollte nicht deinen Tod. So hast du aber gespült. Ja, mach dir da mal Gedanken drum, Schatz. Huch. Miroi, danke. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Jetzt habe ich Rammstein-Ohrwurm. Du hast mit du musst. Du musst. Du musst. Ja, ich war nützlich. Du hast sehr nützlich. Ihr habt auch schubsen, weil ich das Beste, was du machst. Meine besten Spielpässe oder Spielzüge bestehen heute aus Schubsen. Das ist voll okay. Schubsen ist sehr legitim. Was macht es jetzt weiter? Schieß ihn doch nicht zurück. Doch. Wie bei auf deinem Hirn schießt, dass du Richtung Tor schießt. Oh, halt das. Schatz, du warst schon da. Mich hat es jetzt ein kleines bisschen erschreckt, dass ich schon da war. Hoppala. Vor euch Richtung. Schatz, da wäre daneben gegangen. Okay, sorry, das habe ich gerade falsch gesehen. Ich glaube, dass der reingeht. Nein. Ich war ansatzweise. Oh voilà. Ich schieße den öfter zurück an unsere Wand, damit er mit Spackes zurückballert. Und er dann wieder in der Mitte vom Feld ist. Es ist gut. Du musst. Du bist ein Arschloch. Du bist du. Der Typ. Der Michael. Michael. Der Mackie. Ich habe keinen Boost. Jetzt hat er mir schon wieder den scheiß Boost weggenommen. Auf derselben scheiß Stelle. Das Feuer Emote passt hervorragend zu dem Lied. Ich bin jetzt aber mit Entschlossenheit an diesem Fuß vorbei. Unter den Ball stellen ist halt auch nicht so klug. Warum mache ich das? Jetzt ist es im Aufhung immer automatisch. Das ist ein Kreis unter dem Ball. Du bist ein Kreis. Oh, Alter. Eigentlich wird sie gerade in die Richtung. Dammit. Du musst. Du, du. Aber ich muss heal. Ach, scheiße. Warum schießt du so? Ich mag den so im Boost-Sound nicht. Der ist kacke. Oh. Oh, ja. Gut macht. Ich schaff's nicht mehr, dass ich leid putt. Oh, ah. Gut, ja. Nee, war aber fahr auch kacke. Ob ich es versucht hatte. Ich bin gerade voll vorbeigeheatet. Ich bin gerade voll vorbeigehen. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt springt man ja von dem Hof auf der Hauptmordort. Ich habe keinen Boost. Oh. Ja, genau. Kein Boost. Nimm mit. Was soll man? Wir haben ja gewonnen, lol. Ja. Ich habe schon wieder auf die falsche Farbe geguckt. Was soll man? Untertitelung des ZDF, 2020